Wie heißen die Batterien? Aber ich weiß nicht wo. Auf einmal hängt die Tür an die Tür. Der liegt am Boden. Ich höre, dass ich hasse. Was ist gerade passiert, Bro? Ich grüße die Katholische. Nein, nein, Bro. Oh nein. Ja, mach hier hin. Digga, das ist so widerlich, Digga. Oh mein Gott, ist das widerlich. Lässt du es jetzt so oder machst du noch mehr weg? Nee, das ist so. Man hat ja großzügig was drauf gelassen, dann. Digga, sieht man das eigentlich wie von deinem Nachschirm? Weil ich war die letzte Woche rauf, wo ich mit ihm spazieren gehen war. Oh ja, natürlich ist es komisch, wenn du den Blick rauspust. Ja, nee, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen würde. Ja, ich will auch sagen, dann. Echt? Kann ich machen. Okay, Deal? Ja. Ja, was denn? Was? Was? Habt ihr gerade den Deckhorn eingestangen? Nein! Nein! Er legt einfach nur sein iPhone hin, Bro. Oh mein Gott, Digga. Das hast du mir schon erzählt, ich erinnere mich. Oh mein Gott. Jetzt wirst du so ein Alperchen singen. Bro. Der Typ? Der Typ? Der Typ? Der Typ? Der Typ? Der Typ? Vielen Dank.